hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute sprechen wir über das canon 600 mm rf objektiv ein ziemlich leichtes kleines kompaktes objektiv und ich glaube es macht sinn heute mal ein review darüber zu machen weil ich es sehr spannend sehr interessant finde und auch sehr besonders warum das siehst du jetzt in diesem video viel spaß den disclaimer gibt es gleich vorab canon deutschland hat mir dieses objektiv zur verfügung gestellt aber ich darf meine meinung frei sagen und bin quasi frei von allen erwartungsleistungen und kann ja alles an kritik und auch lob äußern die 600 mm linse ist sehr 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 speziell und ich weiß gar nicht wo ich zuerst damit anfangen soll ich würde sagen wir schauen uns zu erst an wie es verarbeitet wurde was das objektiv kann und was es kostet und natürlich auch wer die zielgruppe überhaupt ist verarbeitet wurde dieses objektiv komplett aus kunststoff bis auf der bajonettanschluss der wurde aus metall gefertigt und ist recht stabil sehr ordentlich also ich finde generell dass die rf objektive gerade am anschluss deutlich besser verarbeitet wurden als einige sony objektive und andere vorgängerinnen die sind sehr sehr gut und ich mag auch dass das packt maß also das objektiv ist ultra kompakt für 600 mm ist wirklich also ultra leicht auch hier an meiner eos r sieht zwar recht groß und dick und klobig aus aber so in der hand trägt sich das wunderbar also das kann ich ohne probleme in längerer zeit in der hand tragen weil es sehr leicht ist und auch nicht diese kopflastigkeit hat die ja typischerweise bei den 600 mm objektiven so nun mal sind hier ist auf jeden fall nicht der fall natürlich musste das objektiv für die aufnahmen noch bereit machen indem du hier den ring herüber drehst es raus schiebt und wieder einrasten lässt okay dann hast du natürlich andere größe aber das ist nicht schlimm weil diese größe bleibt und das ist beim fotografieren und location am sport gerade bei wildlife sachen finde ich sehr wichtig dass ich die größe des objektiv ist dann nicht mehr ändert quasi durch zoom oder so her finde ich sehr sehr gut aber kommen wir mal zurück zur ausstattung das objektiv hat eine ganze menge einstellmöglichkeiten und die sind deutlich mehr als auf den ersten blick denkst du hast zum einen hier eine begrenzung für den fokus da kannst du komplett den ganzen fokus skalenbereich fokussieren lassen oder du sagst ab 12 meter bis unendlich das macht sinn wenn du irgendwann spielfeldrand bist und fotografieren möchtest und im vorfeld vielleicht ein auswechselspieler vorbeiläuft gerade beim fußball und dein fokus quasi zurückspringen würde auf ihn so kannst du sagen ab zwölf meter und alles was davor ist macht dann keinen unterschied oder wenn du vögel fotografieren möchtest im vorfeld ein bisschen blätterlaub ist was sich bewegt und dann kann es auch sein dass der fokus mal schnell zurück auf die blätter springt weil er denkt da wirst du fokussieren das kannst du damit umgehen indem du auf zwölf meter mindestens einstellt dann hast du einen schalter für autofokus manuellen fokus und du hast einen schalter für den bildstabilisator den brauchst du auch eine würde ich auch in jedem fall immer anlassen es sei denn du filmst damit vom stativen du stehst nur davor ansonsten würde ich immer den bildstab anlassen und du hast einen frei konfigurierbaren drehring hier oben dran den hast in der regel jetzt bei fast allen rf objektiven finde ich sehr cool da kannst du dir drauflegen was du möchtest blende iso verschlusszeit alles was du magst kannst du drauflegen finde ich sehr sehr geil und das haptische feedback durch das klickern finde ich auch noch ganz nett weil du dadurch haptisch sozusagen zurück gemeldet bekommst es ging wieder ein step vor oder ein step zurück je nachdem finde ich sehr gut da manuelle fokus ring ist auch sehr smooth nicht zu leicht und nicht zu schwer ich finde hat auch einen recht guten widerstand also den finde ich so auf jeden fall praktikabel und ich habe sich das gefühl dass er irgendwie schwierig oder zu leicht geht also da passt auf jeden fall auch unten dran befindet sich ein stativ anschluss hier mit dem größeren gewinde das heißt du kannst hier auch das objektiv festmachen und wenn du jetzt eine kleinere kamera daran verwendet vielleicht die aus rp oder so und das objektiv der zu groß und zu schwer vorkommt macht es einfach dran du kannst aber auch zubehör unten ran machen so dass das objektiv quasi am zubehör immer dran ist wenn das hier um den hals gelegt hast hast immer griffbereit da gibt es verschiedene möglichkeiten wie das dir hier anschließt musste aber auch nicht machen da die meisten von euch nicht nur das äußere sondern auch den look sehen wollen den das objektiv mit der kamera erzeugt schalten wir mal um auf das video ich nehme euch jetzt mal mit wir schauen gemeinsam durch das objektiv durch indem ich mit erkennen auf videoaufnahme gehe und der bildstab ist eingeschaltet und du siehst sofort dass es schon recht smooth ist mit dem bildstabilisator ich werde ihn auch gleich mal ausschalten damit du den unterschied siehst aber so mit bildstabilisator passt das so auf jeden fall ja ich gehe mal hier hoch in die blätter das problem ist dass du bei bei zwölf metern nicht mehr wirklich so nah fokussieren kannst jetzt ist ausgeschaltet also ich bin deutlich am wackeln ich bin ja deutlich am bildverzerren also für eine normale videoaufnahme ginge das jetzt gar nicht da brauche ich in jedem fall den bildstabilisator und sofort wenn der bildstabilisator eingeschaltet ist ist das bild wieder smooth und ganz ruhig ich meine klar 600 mm das musste erst mal ruhig in der hand halten das ist auch echt nicht einfach und da würde ich auch bei jedem objektiv die bildstabilisator einschalten also egal ob das jetzt ein anderer hersteller ist oder kennen ich würde immer den bildstabilisator lassen weil ich dann sicher gehe dass meine bilder smoother sind im zweifel auch wirklich scharf und nicht verwackelt ein 600 mm objektiv was 800 euro kostet bedeutet natürlich auch kompromisse ja ihr wisst 600 mm objektive sind in der regel viel viel teurer mindestens doppelt so teuer klar die können auch viel mehr aber hier bedeutet natürlich eine ganz klare kampf ansage was den preis angeht und kennen möchte vor allen dingen all denjenigen die chance bieten mit sowas mal anzufangen die jetzt nicht 2 3000 euro in ein objektiv stecken wollen und die kompromisse bedeuten hier blende 11 durchgängig das heißt du kannst nicht weiter runter als blende 11 abblenden und das bedeutet auch dass du in lowlight situationen schon probleme bekommen kannst das musst du wissen denn dieses objektiv ist meiner meinung nach wirklich nur dafür geeignet am tag zu fotografieren dass alles was von nach dem sonnenaufgang bis kurz vor der dämmerung geht funktioniert alles damit du kannst damit auch wunderbar den mond fotografieren 600 mm ist ideal da kannst du perfekt darauf fokussieren weil er sehr hell ist und da ist blende 11 auch wirklich gut wenn du jetzt im morgengrauen das dann wird fotografieren möchtest oder der abend dämmerung noch die letzten vögel mit der kamera aufnehmen magst dann wird dieses objektiv wahrscheinlich nicht dafür geeignet sein ich weiß das nicht kann sondern weil du sehr hohe iso leistungen in kauf nehmen musst und diese 12.800 das ist dann schon heftig gerade wenn du das ganze auch noch ein bisschen ausdrucken möchtest oder in die bearbeitung gehen möchtest da empfehle ich dir dieses objektiv nicht ganz klar das ist für mich ein objektiv für den wildpark für am tag in den bergen vielleicht am tag irgendwo an der küste da ist es richtig richtig cool klar das kannst auch mal für portraits einsetzen oder wenn es sport action fotografieren möchtest im spielfeldrand und es ist taghell dann ist es auch dafür geeignet aber sobald du schwierigere lichtverhältnisse hast ist dieses objektiv in meinen augen nicht mehr so geeignet weil du sehr sehr schnell hohe tausende iso werte hast was es nicht haben müsste wenn du blende 6 hättest meinetwegen oder blende 7 aber hier merkst du einfach bei blende 11 hier ist das objektiv dann sehr limitiert und die kamera muss dementsprechend reagieren dass ich das mit gesagt habe ja aber natürlich für 800 euro bekommst du kein objektiv in dieser brennweiten klasse und schon gar nicht so kompakt und so leicht also das muss auch gesagt werden neben all den nachteilen dieses objektiv steht ganz alleine im preis leistungsverhältnis in der kategorie da und alle die interesse haben das mal auszuprobieren die vielleicht in ihrem garten gerne vögel fotografieren wollen aber es reicht einfach die brennweite nicht dann schau dir mal das objektiv an dann probier es mal aus leih es dir aus das ist auf jeden fall ratten scharf also auch wenn du eine eos rp oder er benutzt das ist ein sehr scharfes objektiv ist es auch sehr schnell im fokussieren je nachdem welche kamera hinten dran hängt klar aber die neuen rf objektive sind in der regel alle sehr scharf und du musst bei blende 11 auch keine angst haben dass die bild renter irgendwie unscharf wäre oder eine starke wegen jettierung drin wäre das funktioniert recht gut wenn ja hast du leitraum vielleicht und kannst du mit einem klick entfernen also ich habe ein bisschen die zielgruppe von weggenommen die zielgruppe ist für mich ganz klar die fotografin die gern bei tag tiere menschen gegenstände sport action fotografieren möchte vielleicht auch ein auto rennen etwas weiter weg dann ist das recht gut weil dann kennst du dich aus mit dem fokussieren und brauchst quasi nur die brennweite und das ist dann okay wenn du jetzt aber etwas fotografiert wo du eine sehr kurze belichtungszeit brauchst oder hohe iso performance gebraucht ist dann ist dieses objektiv natürlich nicht geeignet also indoor handball soccer oder basketball ist dann damit auf jeden fall nicht möglich dass ich das gesagt habe aber draußen draußen gerade im landscape bereich geht das wunderbar bei tag und wenn du deine kameratasche eine linse dabei haben magst die mal was anderes bietet ja die ein bisschen exotisch ist oder die einfach mal eine längere brennweite hat dann ist das auf jeden fall ein recht gutes objektiv weil es dennoch leicht und kompakt ist und wenn du den rucksack verstaust geht nicht viel mehr drauf als vielleicht für einen 70 200 28 denn mehr hat es dann auch nicht an größe und das ist schon echt gut ich hoffe dass alle die sich dafür interessieren jetzt einen eindruck davon gewonnen haben vielleicht wissen ob es was für sie ist oder nicht im zweifel leih es dir aus probier es mal aus über ein wochenende oder im urlaub ein bisschen rumspielen das macht manchmal auch noch mal einen anderen eindruck zum objektiv und dann wirst du auf jeden fall deine meinung gebildet haben ja wenn du es hast schreib mir bitte unter die kommentare was du damit fotografiert das würde mich sehr interessieren und ob du ähnliche erfahrungen gemacht hast wie ich in diesem sinne vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal